So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Bei mir ist heute Sonntag, ich nehme das Video jetzt 16.45 Uhr auf. Wie man sieht, am Sonntag war der Forschungstag mit den Elektro-Pokémon, da konnte man von 14 bis 17 Uhr drei Stunden lang Pokéstops drehen, Aufgaben, Feldforschungsaufgaben bekommen, diese lösen. Und aus diesen Feldforschungsaufgaben gab es ein paar Elektro-Pokémon, ja, Querbeet, hier ihr seht es ja selber, Lampi, Fritzl, Bitz, Elezeber, Iguana, Whatzapf oder wie die heißen. Und diese waren in der Shiny-Rade stark erhöht, wie das so immer ist an einem Forschungstag. Und ja, Leute in Großstädten mit vielen Stops, die haben natürlich wieder einen Vorteil gehabt, weil die halt viele Aufgaben hatten. Leute mit nur wenig Stops hatten halt wieder Nachteil, die konnten nicht so viele Feldforschungsaufgaben machen, dafür haben die ja aber trotzdem drei Stunden Zeit gehabt. Und zu so einem Ding, wenn man da wirklich was reißen will, muss man halt mal in eine größere Stadt fahren, sozusagen. Ja, Mining ist so ein Zwischending, Mining hat eigentlich ein paar Stops, mehr als andere, aber halt auch nicht so viel wie andere gleichzeitig wieder, deswegen. Ich habe jetzt, was muss ich sagen, so, warte mal, hier, Kaiser Kai, genau, das ist auch ein Thema. Kaiser Kai hat mir das Ticket gegönnt, geschenkt. Es gab nämlich ein Ticket auch zu diesem Forschungstag mit einer Aufgabe, dass man eine Feldforschungsaufgabe lösen soll und dann hat man da einen Encounter bekommen. Das waren aber mehrere untereinander, das kann ich euch gleich sagen. Also, Dankeschön an Kaiser Kai für das Ticket, für die Forschung. Das ist nämlich hier drüben drin, Forschungstag unter Strom, befristete Forschung. Das sind fünf Encounter und das waren fünf Aufgaben und bei jedem stand einfach nur dort, löse, nee, erledige eine Feldforschungsaufgabe. Das heißt, du hast eine gemacht und hast damit die komplette Forschung fertig gehabt. Das möchte ich jetzt abholen, ich möchte aber auch im Heute-Tab noch die drei letzten Feldforschungsaufgaben abholen und dann möchte ich mal gucken, ob ich einen Hunderter bekommen habe. Ich habe auch noch nichts bewertet. Und ich möchte euch die Shinies zeigen, die es gab. Und sowieso komisches Konzept, normalerweise war ja ein Pokémon immer im Forschungstag, dieses hast du dann gezielt gejagt. Das wurde auch neu als Shiny eingeführt, meistens, wie bei Perlo, wie bei Barschwa. Barschwa war der erste Forschungstag. Dass wir so viele verschiedene da drin haben, das gab es, glaube ich, noch nie, obwohl mir das Thema Elektro eigentlich gut gefällt. Das endet hier auch direkt 17 Uhr, deswegen muss ich mich jetzt mal ranhalten und das hier abholen. Und das erste ist direkt ein Shiny, nämlich ein Shiny Lampi mit 454. 50, ich werfe da jetzt einfach den Ball drauf. Junge, bleib drin. Wir gehen direkt zurück. Wir holen direkt das Nächste. Ich werde es danach bewerten. Hier ist ein Fritzl-Bitz drin. So, Ball drauf, direkt zurück. Nächstes, WhatsApp. Du kriegst jedes einmal, deswegen, es gab also fünf verschiedene Pokémon, die heute im Rampenlicht, sagen wir mal, standen. Und das sind eben diese fünf. So, was fehlt jetzt noch? Iguana fehlt, glaube ich, noch. Genau, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das müsste dann hier im Letzten drin sein. Da ist ein Iguana. Jetzt wisst ihr also, dass wir mindestens ein Shiny heute bekommen haben, weil wir das ja eben gekriegt haben. 1.000 Staub, 2.500 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Danke an Kaiser Kai für dieses super 1-Euro-Ticket mit fünf Encountern plus ein Shiny. Ach du Scheiße. Da kann man jetzt im Pfad wählen. Daher habe ich mich wohl, ja, ich dachte, das ist die eine Seite und ich hole die dann jetzt hier ab, aber eigentlich. Wähl einen Pfad. Ille Zeva, Iguana, Lambi, WhatsApp, Fritzl-Bitz. Ich finde die Spinne am coolsten, deswegen nehme ich den WhatsApp-Pfad. Und nachdem du Aufgaben in dieser befristeten Forschung abgeschlossen hast, wähl die Option, um WhatsApp zu begegnen, nachdem du Aufgaben in dieser befristeten Forschung abgeschlossen hast. Was heißt das jetzt? Verstehe ich nicht. Heißt, da kommen jetzt aus den Feldforschungsaufgaben nur noch WhatsApp raus? Nee. Da spawnen dann nach 17 Uhr plötzlich ganz viele WhatsApp oder wie? Ich weiß es nicht. Wir holen jetzt auf jeden Fall die drei noch ab, die hier sind, denn da sind nochmal drei Feldforschungsaufgaben fertig. Das habe ich, glaube ich, aber auch noch nie gehabt an einem Forschungstag, dass da plötzlich mal einen Pfad wählen konnte und dieser Pfad noch was beeinflusst. Hier ist jetzt noch ein Shiny Iguana drin. 392 WP. Jetzt ist das alles fertig. Wir gehen jetzt mal kurz hier rüber und wir geben einfach nur mal vier Sterne ein, um zu schauen, ob da ein hundertprozentiges dabei war in der Forschung. Wir sehen, es ist kein hundertprozentiges dabei. Wir haben die letzten hundertprozentigen hier aus Gera, nämlich zwei Urform-Dialga. Einmal am 25. und einmal am 24. Hunderter, ansonsten gab es jetzt nicht. Dann hat man querbeet hier also etliches gefangen. Bis wohin geht das? Das geht bis... Schnelldurchlauf. Das geht bis hierhin. Also das ist alles jetzt hier heute vom Forschungstag. Ja. Jetzt müssen wir uns noch die Shinies angucken. Die Aufgaben waren sowieso wieder unterschiedlich. Von Lande fünf Curveball-Würfe bis einen einfach fabelhaften Wurf, bis drei Geschenke verschicken mit Sticker, ein Bonbon mit dem Buddy verdienen. Äh... Was war noch dabei, was mich richtig gestresst hat? Weiß ich nicht genau. Ach, drei Herzen mit dem Kumpel, genau. Ich muss immer zu meinem Kumpel wechseln. Ich musste dann schauen, dass ich den richtigen wieder drauf habe. Ich habe heute insgesamt neun Shinies bekommen. Angefangen mit diesem Elezeber. Wir werden jetzt diese Shinies auch mal bewerten. Das hat sogar drei Sterne. Okay. Dann gab es wieder ein Elezeber, was auch drei Sterne hat. Ist sogar ein XXS. Also das winzigste irgendwie, was ich mir da vorhand habe. Nee. Nicht das winzigste, sonst wird der Deutsch denn das kleinste. Aber es ist trotzdem ein XXS. Guckt mal den Unterschied an. Normal und XXS. Auch drei Sterne. Dann gab es Lampi. Haben wir hier mit zwei Sternen. Dann haben wir Iguana, drei Sterne mitgenommen. Dann haben wir hier Yorclef. Der hat nicht zu dem Tag dazu gezählt. Aber der war halt wild, saß da rum. Habe ich für eine Aufgabe angeklickt. Habe einen Ball drauf geworfen. Ist ja shiny geworden. Dann nochmal Iguana. Dann Watzapf. Das finde ich besonders cool. Das war mein Lieblings-Pokémon von heute. Und ich finde diese statt gelb, diese leichte grünliche Limettenfarbe finde ich irgendwie richtig toll. So, dann nochmal Lampi. Das haben wir ja von eben auch zwei Sterne. Und nochmal Iguana mit drei Sternen. Und das war dann alles. Das heißt, dieses Watzapf werde ich jetzt in Ehren halten. Und das heißt bei mir dann jetzt Kaiser Kai 011, glaube ich. Jetzt muss ich mal zurück und hier drauf gucken. Kaiser Kai 011, genau. Habe ich das jetzt richtig? Jetzt muss ich... Oh mein Gott. Das ist heute echt der Wurm drin. Kaiser Kai 011. Das ist jetzt ein Andenken noch an diesen Tag. Das kam zwar jetzt nicht direkt aus dem Ticket. Aus dem Ticket kam ja das Lampi. Aber das finde ich halt nicht cool. Das finde ich cool. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Und was war euer Ziel? Was hat es mit dem Pfad auf sich? Kann mir das noch jemand erklären vielleicht? Ich habe jetzt eben den Pfad gewählt. Und weiß nicht, was das bedeutet. Hier sehe ich keine WhatsApp. Achso, außerdem ist Showcase ist ja auch aktiv. Jetzt will ich auch nochmal reingucken, ob sich da was getan hat. Guck mal, ich bin dreimal im Showcase auf Platz 1. Weil es einfach meine drei größten Pokémon genommen hat vom Typ Elektro. Finde ich eigentlich richtig doof. Ich habe genau zwei Sekrom auf der Hand. Mein bestes und ein Shiny. Und das sind meine zwei größten Elektro-Pokémon. Die hat es dann einfach reingesetzt. Und dann kam Voldolos, weil das halt weniger Punkte hat. Viel schöner hätte ich es gefunden, dass man jetzt die drei Stunden fängt. Und wenn man ein XL bekommt von irgendeinem Pokémon, dass man das vielleicht in den Showcase setzt. Dass wirklich an dem Tag, was man da macht, wie man das spielt, das eben zählt. Und nicht diese Pokémon, die von zehn Jahren alt sind, jetzt Platz 1 holen. Obwohl, wenn ich eh der Einzige bin im Showcase oder wenn der Zweite viel weniger Punkte hat, sollte man natürlich kurz vor Showcase Ende die noch austauschen und minderwertigere Pokémon reinsetzen, die trotzdem mehr Punkte haben als der Zweitplatzierte. So, dass man die ja dann nie wieder nutzen kann für den Showcase und die Platz 1er immer noch frei sind für die Zukunft. So, das nochmal als Tipp, aber das macht ihr bestimmt sowieso so. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Danke an Kaiser Kai. Dann geht's mit Hubi Mihi weiter. Der hat nämlich auch schon wieder ein Ticket geschenkt.